Die Schafsche Baumann versteht wohl nicht, was uns ausmacht, wenn sie verlangt, eine unschuldige Frau als Druckmittel einzusetzen. Ja, ein Führungsoffizier, der glaubt, wir machen nur die Drecksarbeit. Damit das klar ist, solange sie keinen von uns töten will, tun wir der Frau nichts. Alles klar. Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde. Ich erkenne eine Nummer drei. Ich erkenne eine Nummer drei. Ich erkenne eine Nummer drei. Vielen Dank.